Haben wir es jetzt? Na, kann das Notiz okay von mir aus? So, dann hätten wir schon mal! Aber wenn ich mir das angrücke, kriege ich schon wieder Kopfschmerz. Tja, und ihr dürft das alles miterleben, wie ich jetzt hier Jahrzehnte brauche, um von A nach B zu kommen. Ah! Das ist so verdammt, ja. Ja, hallo. Ich bin sehr sauer, also geh mir nicht auf Keks. Jetzt gibt es Tod hier. Ich werde einfach der großen Straße hier folgen und hoffen, dass sie mich irgendwo hinprägt, wo ich hin muss. Da vorne, das sieht doch gut aus. Oh, ihr wollt mich verarschen, echt schön. So, hast du es jetzt, ja? Fertig haben wir genug hier einen auf dicke Hose gemacht. Ganz ja gut. Was ist das? Oh, hallo, Fremde. Hallo. Schönen guten Tag. So ein Hals, wisst ihr? So ein Hals. Ah, was denn das, wie schön ist. Das sind irgendwelche Leute, da will ich nicht hin. Die greifen mich doch nur wieder an, weil sie einen schlechten Tag hatten. Hm, Mann, 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 Mann. Immerhin haben wir schon zwei Steine, wenn ich das richtig gesehen habe. Zwei von fünf. Von fünf. Die über die ganze Ebene, wie sie bereits sagte, verteilt sind. Und, wie wir auf der Map gesehen haben. Und, ja, wie ich freudig feststelle. Wie wäre es denn, wenn man nicht auf den Sack geht? Das wäre wirklich ein Traum. Ein Traum. Ich bin schon, wisst ihr, gefrustet genug. Brauche ich denn auch noch hier so Leute, die einen auf dicke Hose machen? Ach, hallo. Schale den freien Männer ein. Wie wäre es mit, äh, nee. Nee, nee, nicht. Nicht. Aus, aus. Kennen wir auch nicht hier. Hab gerade hier auch gut. So. Gold. Echt, diese Bengel hier, die meinen einen auf dicke Hose zu machen und dann voll abkacken, ja. Das ist schon wieder, äh. Nee, nee, nee. M-m. Das sind die mit den kleinen Wieners. Kleine Wieners, ich sag's euch. Talarane. Hallo Talarane. Komm ich da rein? Nee, wahrscheinlich nicht. Vielleicht später. Wenn ich dann die ganzen Punkte hier, ne, habe, dann vielleicht, ja. Oh. Ach, da oben ist das Ding. Ah, das ist ja praktisch. Der ist ja gar nicht mehr so weit weg. Komm mal her, Fuzzi. Ich brauch dich. Guckt euch das an. Das ist ja doch gar nicht so weit. Ja, die, die Tourader sind hier. Na, genau. Sind die Tourader auch noch hier? Kommen die jetzt noch, oder? Wahrscheinlich nicht. Leert hast du das? Ne, Maus, Eise. Oh Gott. Haben wir's? Hey. Ah, jetzt müsst ihr auch noch kommen, Alter. Ihr seid ein bisschen spät, Freunde. Oh, ich hab die falsche Waffe draußen. Wartet. So, jetzt. Warum kommt der jetzt, Alter? Warum kommst du jetzt, du Penis? Volker, Alter. Kriegst du schon wieder so'n Hals, ey? Ne. Ganz vergessen, voll. Oh. Au. Ich mach dir mehr kaum Schaden, Alter. Guck dir das an. Oh, der ist auch orange. In your face. Ja? Alter, wie viel? Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht schlecht. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich beschwere mich jediglich über den beiden Weg, den ich jetzt wieder vor mir habe. Dann laufen wir erst nach unten und dann nach oben. Nehme ich an. Lass mal hier lang. Ja. Natürlich kommst du ja nicht runter, weil du nicht springen kannst. Nur an bestimmten Stellen. Find ich wieder klasse. Selten so viel gelacht. Gut, ich hab nichts gesagt. Zwei Meter Umweg. Ist in Ordnung. Ist humann. Aber echt, dass jetzt die Tuata noch ankommen und meinen einen auf dicke Hose zu machen, ja? Oh. Damit ihr in dicken Eddins ankommen. Hm? Freude. Das sind doch schon wieder Kobolde. Was wollt ihr denn schon wieder? Die würden sich immer anders wären so irgendwelche Elefanten. Gebt mir mal euer Zeug hier. Ihr hattet was. Oder auch nicht. Was gibt's hier? Krimpel. What? Ich hab keine Ahnung, was ich getan hab, aber es scheint gut gewesen zu sein. Ethenes Weisheit. Mehr Maggi-Zeug. Vielleicht. Vielleicht. Ne, wir müssen nach unten. Zuerst. Zuerst nach unten. Oh. Das sind Eddien. Hm. Na, die sind bestimmt orange. Ich muss weiter nach oben. Wo soll ich denn hier noch weiter nach oben gehen? Ich dachte, wir sind hier auch weit genug oben. Hm. Ah. Hm. Schön. Ich muss offenbar genau auf die andere Seite. Da kommt ja auch schon wieder Freude auf. Ich liebe Sachen, wo es keine Abkürzungen gibt. Ich krieg schon mal so einen Hals. So einen Hals. Alter, das ist... Nicht so schön. Was ist denn das hier eigentlich? Irgendwie Dickhut oder was? Ist das Toata? Die sahen nicht aus wie Toata. Ja, keine Sorge, Kinders. Wenn er nicht in meine Bällchen reinrennt, ist alles in Ordnung. Jungs, nicht angreifen. Ich muss nur da vorne... Nur zum Stein. Bitte. Stein. Nur zu dem Ding da vorne. Och. Leck. Oh, kack. Oh, kack. Wollen wir hier... Immer eine dicke Hose machen wollen, eh. Und dann nicht können. Schlimm ist das. Schlimm. Komm her. Viech. So, Toata. Kinders. Hier. Sind die Fähigkeiten? Hallo. Wow. Wow, what? What? Nein. 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 Au. Nein. Au. Au. Ich blocke. Ich blocke. Ich blocke. Geht's bei mir nicht, Kinders. Das macht mein Viech gar nicht. Das steht da und guckt zu. Crap. Ah. Mensch, da kommt Freude auf. So, jetzt müssen wir da ganz nach oben. Super. Und ich habe keinen Punkt, wo ich hingehen könnte. Ah. Ah. Und ich muss mir was einfallen lassen, dass ich hier nebenbei quatschen kann, damit das nicht zu langweilig ist. Ähm. Ja. Jetzt kommen ja noch so Tücken. Was soll denn das? Ich habe es eigentlich. Ich habe keine Zeit für euch. Freie Männer. Genau. Mit kleinen Wieners, ey. Das meine ich. Weil es sind Leute, die stehen hier rum. Die können nichts. Die können einfach nichts. Und machen dann einen auf dicke Hose. Hallo. Ihr freien Männer. Da hier tu ein Häuptling. Na, der kann er auch nicht. Guck dir das mal an, Alter. Der fällt doch nur aufs Fressfress. Das bist du. Hast du mein Vieh tot gemacht? Nee, es steht noch da. Es ist noch sehr langsam. Alles klar. So, Kinders. Ich wollte mir mal eure lustige Truhe hier angucken. Die ich auch noch dietrichen muss, Alter. Ach, ich bin ein Naturtalent. Und dann ist nichts drin, Alter. Nichts Gescheites drin. Genau, das sehe ich genauso, Freund. Das sehe ich genauso. Könnte ich auch nur... Und ähnliche Sachen machen. Ah, nee. Ich glaube, ich muss doch vielleicht... Vielleicht hier runter. Ah, nur vielleicht. Geh mit einem Keks. Du, du Wolf. Ach. Echt. Kunde. Kunde. So ein Kunde. Was ist das? Das will ich nicht angreifen, glaube ich. Das sieht nicht so freundlich aus. Ah. Was mir aber mal aufgefallen ist, hier unten gibt es nicht so viele Pünktchen, wo ich mir sagen kann, hey, yo, Schnellreise. Mensch, das wäre es jetzt. Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Träumchen. Träumchen. Gebt mir voll einer ab. Okay. Oh, hier sind ja wirklich so viele auf dem Weg. Hallo. Seid ihr freundlich? Ich glaube nicht. Oh. Was ist das? Alles gut? Du kriegst nämlich einen scheiß... Scheiß viel Gold. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber... gäbe es dann auch mal Händler in der Nähe, die einem was Anständiges dafür geben würden. Das wäre dann schon nicht so unschön. Wo ist denn das Ding? Nee, nee, das machen wir nicht. Nee, nee. Nur schlechte Erfahrungen. Das speicherst du immer vorher. Dieses Verbannen ist nämlich wirklich lustig, weil wenn du das verkackst, kann es einfach mal sein, dass du instant tot bist. Und dann steht da letzter Speicherpunkt und denkst dir, letzter Speicherpunkt war'n das, ne? Mhm. Dann darfst du alles noch mal... Aber what? Eine Elfe. Das ist halt so schön, Alter. So schön. Nicht. Alter. Wie bist du... Wie bist du die Elfe? устos. tools. kennerst. Yo, der Stein zerr drüben! Ich möcht' da gerne wohnenkommen heute. Sehr aufmerksam! Witzer hier, hier drüben. Dort nicht, isch ¿is' nicht weit? Ist das... Yo, hier, äh... Tittlete... Ach... Du... Ax... Was ist das? Oh, nee, nee, nee. Nee, oh, nee, nicht, nicht, nee. Falsch das, falsch das, falsch das. Oh Gott. Falsch das. Jo, jo, wartet, wartet, wartet. Kinder ist hier. Jetzt geht's ab. Jetzt, jetzt, Freunde, jetzt geht's ab. Nicht, kennt ihr, Alter. Nicht, kennt ihr nicht. 100%, du hast gesehen, 100% und das Vieh war nicht tot. Das war der Hals, schau mir da. Nicht aufregend, das ist nicht gut für die Gesundheit. Jo, ich hab ein Level abgekriegt, hast du nicht mitgekriegt? Oh, echt. Ähm, Überzeugung ist immer gut, finde ich. Hey, Überzeugung rockt. Ich wollte mir nämlich mal, was? Beschworener vor Ort kann bei seiner Angriffskette mehr Treffer verursern, dann hätte er eine Chance auf Volltreffer, toll. Scheiße, bitte, für die Chakrenfreie, die aus der Erstfälle, ne, ne. Halte die Taste Sturmbolzen gedrückt und Blitze aus den Himmeln herauswinden. Bitte was? Halte die Taste für Sturmbolzen gedrückt. Jetzt bin ich mir so anzusch... zu anspruchsvoll. Ich wollte mir mal Heilung holen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ich muss nicht die ganze Zeit nonstop diese ganzen Heiltränke fressen. Jetzt darf ich zurück. Jetzt kann ich bloß schnell... zurück. Träumchen. Daumen hoch. Jo, hier, ich bin da. Ich gehe jetzt hier rein. Ach du Scheiße. Das natürlich... Uhu, ich bin drin. Seid ihr auch da? Gut. Wir gehen jetzt mal hier rein und gucken mal, was hier abgeht. Und versuchen die Inneneinrichtung nicht zu stark zu beanspruchen. Die Nescaro haben mir alles genommen. Meine Männer, mein Posten, alles. Mein gesamtes Leben verbrannte, als ich Balor über den Schlachtfeldern nach oben... Was ist der Jongleur? Ich habe keine Ahnung. Ah. Schön. Gehen wir weiter. Das sieht doch interessanter aus hier. Mal gucken.